Also war alles in Las Vegas nur zur Ablenkung? Um Zeit für einen Angriff auf den Nevada-Damm zu gewinnen? Das macht doch keinen Sinn. Irgendwas passt nicht. Vielleicht wollen sie die Gegend überfluchen. Was? Und ein paar Touristen ertränken? Wir haben Begleitung. Die Nationalgarde ist hier. Nett. Hier ist Copperhead. Ich bin an ihrem Flügel. Over. Willkommen zur Party, Copperhead. Ich spreche Bogartier. Ich übernehme die Führung. Over. Die Mikrofon. Willkommen, willkommen. Zurück hier bei Rainbow Six Vegas. Und wir werden was anderes nehmen. Und zwar die Clock Desert Clock Reichweite. Oh, die ist natürlich gut. Okay, oder? Oder? Wir nehmen Zielfernrohr. Aha, die FAMAS. Warte mal, da wollte ich eine andere nehmen. Sturmgewehr. Und zwar, wir nehmen mal... Was ist mit der? Die Kommando ist eigentlich echt die beste, oder? G36C. Ach, ich liebe dieses Gewehr. Okay. Brauchen wir da irgendwas? Müssen wir da irgendwas anpassen? Ach, nehmen wir das. Eigentlich gar keins, oder? Kein Zubehör. So. Okay. Brandsatz haben wir zurück. Das Bomber im Turm hätte mehr Menschen getötet, als die Zerstörung des Dammes. Bis wir wissen, was da eigentlich läuft, gehen wir genau so vor wie ihn. Sag mir bitte, dass wir Irina erledigen dürfen. Six denkt noch drüber nach. Scheiß drauf! Sag ihm, dass alles nicht passiert wäre, wenn wir seine Erlaubnis gehabt hätten, sie schon in Mexiko zu erledigen. Die Schlampe hat Kahn getötet. Das muss er auf seine Kappe nehmen. Ich, ich rede mit ihm. Bis dahin habt ihr eure Befehle. Schnappt sie euch neben mit. RPG, weich raus! Ach du Scheiße. Scheiße! Wir sind getroffen! Wir schmieren ab! Ausweichsmanöver! Verdammt! Bring uns auf die Brücke! Jetzt! Lass uns runter. Lass uns runter. Wir starten durch zur Brücke, Oven. Wir bleiben, Bürger, Tier. Aber erledigen Sie die verdammte RPG. Ich muss mal die Jungs auf den Damm bringen, Oven. Logan, finde raus, was passiert. Alles klar. Wir gehen auf Überwachung. Zuerst erledigt die Tangos auf der Brücke. Aber Irena bleibt das Hauptziel. Mike, Jung, abseilen! Los! Abseilen. Tschak, tschak. Runder geht's. Huch, was jetzt? Ach so, okay. Fortschritt gespeichert. Das ist gut. Das ist gut. Pass mal runter hier. Folge. Okay. Was ist mit dir? Gut, du Junge. Wie viel sind Sie auf den? Hey, hey! Was? Okay, erzähl mal. Hey! Ihr solltet nicht hier sein. Sie haben mich geschickt, um allen zu sagen, dass sie wieder abhauen sollen. Sie haben eine Bombe mit einem Zünder verbunden. Sie werden die Brücke zerstören, wenn sie angegriffen werden. Aber wo sind sie? Da hinten im Touristenzentrum. Aber habt ihr mich nicht gehört? Sie werden die Brücke sprengen, Teufel! Ja! Sie haben wahrscheinlich schon den Timer gestartet. Tut mir leid, Kumpel, aber die haben nicht mehr das Kommando hier. Gehe in Deckung. Wir erledigen das. Genau. So. Aktualisiert. Entschärfen Sie die Bombe im Touristencenter. Auf geht's. Ist doch bloß 60. Ist ja gar nicht so weit, oder? Ist da schon wieder einer? So, Nummer eins. Oh Gott. Oh Gott. Nachladen, nachladen, laden nach. Warte mal. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Okay. Wo seid denn ihr, Jungs? Wo ist der? Da ist er. Okay, alles klar. Nur zurückschießen. Nur zurückschießen. Roger. Nee. Waffen frei. Feuer frei. Ha, ha, ha. Lass mal auf meinen Freund, wie wir das machen. Mit unserer Klackse. Nachladen. Scheiß Teilen. Gut. Ähm. Jungs? Komm her, komm her. So. Ach, das war ein Gegner. Scheiße. Scheiße, die haben das Auto gespielt. Okay. Hoffentlich müssen wir nicht nochmal mit dem Typen lauern. Ne, müssen wir nicht. Ah, jetzt kommt das nochmal. Mist, Mist, Mist. Wir müssen aufpassen. Ja, ja, ja. Quatsch nicht. Verdammt. Hey. Ach. Käse. Ach so, nochmal langsam. Nochmal langsam. Konzentration, Herr Lück. Konzentration. Achtung, jetzt kommt das. Bam. Und jetzt geht's los. Auto kaputt. Okay. So, bei mir neu formieren. Einmal. Zweimal. Achtung. Und? So. Lade nach. Okay, lade du mal nach. Oh, oh, oh. Achtung, Granate, Granate. Schnell, weg. Oh. Meine Fresse, Herr Lungs. Lade nach. Komm her. Oh, Achtung, Granate. Weg, 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 weg. Okay, der ist ein bisschen nerviger. Achtung, Granate. Ja, ja. Pass mal auf. Hier geht. Da hin. Da hin. Und du gehst runter. So. Au, au, au. Feuer. Ah, scheiße. Äh, äh, äh. Ist ja logisch. Wo hast du ein Tango gesehen? Okay, ganz vorn. Ganz vorn. Alles klar. In Position. Dort. Da hat er vielleicht noch ein anderes Gewehr nehmen sollen, hm? Okay, alles klar. So. Oh, da ist noch einer? Nee. Was ist der? Was ist der? Okay. Geht mal da hin. Geht mal vor. Geht mal vor, Jungs. Ich gehe hier lang. Okay, siehst du irgendjemanden? Nein. Gut. Okay, passt auf. Wir machen folgendes. Ihr? Los, los, los. Versteht euch. Da rüber. Geht das? Ah, der kann springen. Ich kann auch klettern. Dann mache ich das doch mal. Okay. In Position. Geht mal da hin. Schnell. Roger. In Position. Beeilung. Hua. Hä? Da ist auch nichts. Bewege dich. Ah, Mist. Jetzt habe ich dich. Du Sau. Wie viel sind's? Wie viel sind denn das? Einer noch. Ich kann sie nicht sehen. Achtung. Und? Überall diese Bröckchen. Das bedeutet, wir haben getroffen. Okay, und schnell da hin. Okay. Da ist noch einer. In Position. Puh, das war knapp. Okay. Ich kann nichts sehen. Los. Ich gehe mal hier lang. Shit. Hilf ihm. Schnell. Und dann noch die scheiß Bombe. Hast du ihn? Das reicht. Wir sind so viel besser. Danke. Bombe entschärfen. Mach ihn. Mach doch mal. Ah, er macht. Er macht. Okay. Alles klar. Zeitzender läuft schon. Dann entschärfe sie. Du siehst. Okay. Mach ihn. Echt ein übles Teil, die Gute. Aber nichts, was ich nicht schon mal erledigt hätte. Ja, jetzt quatsch nicht. Mach ihn. Oh. Verflucht. Was? Oh nein, das kann er nicht. Ein Kurzschluss im Zünder. Oh. Sechs Sekunden. Mach ihn. Warte. Ich gehe schon mal. Jesus. Sie ist entschärft. Oh, gut. Sehr gut. Bitte. Wir folgen. Ah. Sehr gut. Joe, wir haben die Bombe entschärft. Roger. Wir kommen jetzt mehr an. Ohne unter schweren Beschuss zu verhalten. Zeitraum neutralisieren. Okay. Es ist schlimm hier draußen. Die Nationalgarde kämpft darum, den Damm zu halten, aber die Hubschrauber hat sich zurückgezogen. Wir müssen einen Weg nach unten finden. Wir sind zu hoch, um uns abzuseilen. Ich habe ein Kabel und eine Winde in der Nähe eines Laufstegs entdeckt. Eine Sicherheitsleine für Arbeiter, die die Brücke reparieren. Die sollte lang genug für euch sein. Verflucht. Da geht es ganz schön tief runter. Kommandos. Wir müssen in den Damm hinein. Logan out. Das mal doch tauschen. Ja, komm. Okay. Okay. Gut, gut. So, gibt es Feinde? Wir sollen in den Damm einbrechen. Also, wenn mir das mal jemand erklären könnte. Hier ist niemand. Okay, alles klar. Das ist gut. Aber hier sieht es gefährlich aus. Oder? Das passt mir irgendwie gar nicht hier. Ohlala. Okay. Ich würde euch ja gerne mal vorschicken, wenn ich ehrlich bin. Seil benutzen. Aufmerweg. Geht mal dorthin. Ich beobachte das Ganze mal. Aus der Nähe. Äh, aus der Ferne natürlich. Es scheint aber soweit clean zu sein. Okay. Dann können wir hin. Und seilen uns ab. Hoffentlich machen wir jetzt keinen Fehler. Okay. Runter. Runter. Ich komme mit. Oh. Oh, oh, oh. Feinde. Die und die hat mich endlich mit den Kamerabildern des Dammes versorgt. Wir haben ein Problem. Irena? Negativ. Aber ihr nähert euch den hier. Den Vorsitzenden, Vorsitzenden. Was? Was nähern wir uns? Okay. Eins, zwei. Typen. Aha. Fortschritt gespeichert. Ich schließe dich auf. Hat jemand den Gegner identifiziert? Was macht ihr denn? Okay. So. Logan, ihr müsst die Person in dem Raum retten. Sie werden ihn umbringen. Wir sind dran, Joe. Alles klar. Retten Sie den Techniker. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis dennne dann. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.